Moin Leute! Willkommen zu einem kleinen rüberrutschen TLC3 Video. Heute dreht sich es um das Mammut, was hier überarbeitet worden ist. Ich würde euch heute in dem Video zeigen, was verändert worden ist, was er jetzt so kann. Wie es das Farmen da ist, auch die optischen Sachen erklären, seinen neuen Buffs erklären. So eigentlich alles, was geändert worden ist im TLC3, gestern am 7.11. jetzt in dem Video. Wir fangen mal an. Optisch wurde er ein bisschen angepasst. Er hat ein paar Veränderungen bekommen. Finde sich echt hübsch aus, muss ich sagen. Also das Mammut gefällt mir sehr gut. Auch der neue Sattel, der jetzt hier ein Zweisitzer-Sattel mit einer Drommelitten drauf ist. Finde ich auch super cool Design, so von den ganzen Details hier. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze mal grob durch. Ich persönlich finde auch, dass der Wendekreis hier bearbeitet worden ist, weil der ist, kann ich fast im Kreis drehen. Das macht den super praktisch, um irgendwo lang zu lenken. Aber kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Also er kann jetzt Stroh und Holz beides gleich gut abbauen. Also wir haben einmal den Angriff auf R2, wo ihr seht, dass der mehr Stroh als Holz abbaut. Und dann haben wir mit X, also auf der Playstation, haben wir mit X den Angriff, der hier mehr Holz abbaut. So, das sind schon mal die beiden Moves, die der Mammut jetzt hat, um zu farmen. Aber auch mit den Angriffen kann man auch ganz normal einfach Damage machen. Aber auch Bärenfarmen, seht ihr, also auch Bärenfarmen geht relativ gut zum Damage machen. Bären diese beiden Angriffe aber auch da. Dann haben wir noch den, das, ja die, wie nennen die das in der Übersetzung? Die Rüsseltrompete. Mit der könnt ihr einen Schwäschungszauber auf eure Gegner wirken. Das seht ihr mit so einem kleinen orangenen Kreis über dem Gegner drüber, wenn er diesen Buff hat. Einfach, wie gesagt, eher zweitrücklich. Kann man jetzt gucken, ob ich es hier bei dem Para machen kann. Gucken wir mal vor, für Effekten mäßig. Seht ihr da, oben ist jetzt ein kleines Symbol oder so ein kleines Leuchten, orange, über dem Kopf. Und das bedeutet, dass er plötzlich vor dem Schäschungszauber getroffen ist. Dann haben wir natürlich noch die Trommel, die der zweite Spieler automatisch besetzen würde, wenn er sich aufsetzen möchte. Oder ihr geht im Prinzip an das Menü, geht auf, ähm, genau, hat kurz geleckt. So, jetzt sind wir im Prinzip auf der Drommel, könnt ihr die nur nicht reiten. Wenn ich hier Trommel jetzt spiele, seht ihr hier unten diese Leiste. So, dann muss ich immer R2 drücken, wenn der Balken in diesem kleinen Fenster ist. Es würde auch eine coole Melodie jetzt nebenbei laufen, die ihr aber gerade nicht hört, leider. Aber immer wenn ihr das hier in der Mitte schafft, verteilt ihr einen positiven Buff an alle eure Mitspieler und auch andere Dinos, die hier rumreiten würden. Und der verteilt dann zwei Effekte. Effekt Nr. 1 ist, dass ihr auch eine bessere Ausdaueregeneration habt. Und Effekt 2 ist, dass man immun gegen den 4-Effekt vom Juti wird. Also das ganze ist ein kleines Minispiel hier, was dann im Prinzip der, die, die Person, die das, ähm, die den zweiten Sattel, also der Zweisitzer, die Trommel betätigt, wissen, spielen muss. Wie gesagt, also immun gegen den Juti 4 und man bekommt halt einen Ausdauerregenerations-Buff. Könnte vielleicht im PvP ganz gut sein. Ähm, bin mir da nicht so sicher, wie man ihn einsetzt, wie man zumindest diesen Ausdauer-Buff gut einsetzt. PvE ist, ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Könnte bei gewissen Fights echt nicht verkehrt sein, einen besseren Ausdauer-Reck zu haben. Ähm, ja, auf jeden Fall mit den ganzen neuen Änderungen wird das Mammut ein Outrounder für auch Anfänger, wenn man einen Tame kann in der Gegend. Äh, aber auch später ein guter Buffer wahrscheinlich. Und natürlich auch, ähm, gut gegen den Juti-Buff. Dann habt ihr noch den L2-Angriff, mit dem ihr Sachen grabben könnt. Gucken, ob das hier, ne, natürlich bei so einem Wassertier gibt es jetzt nicht. Ähm, also mit L2 könnt ihr kleine Tiere und Spieler packen, festhalten, ähm, wegwerfen. Das könnte im PvP, glaube ich, ganz lustig werden, das zu nutzen. Ich tue mal ansonsten schauen, ob ich hier einen Dino finde, wo ich euch das vorführen kann. So, da haben wir einen kleinen Lystro, der arme Mann. Da haben wir, also mein männlich, weil ich jetzt so, ihr seht ja wie immer, ich hab das, hab jetzt hier den Lystro gepackt, der ist jetzt hier vorne im, ähm, Rüssel und jetzt hab ich hier dieses Fadenkreuz vor mir und kann dann im Endeffekt den, das war der Buff, sorry, den Lystro so gesehen mit erneuten L2 drücken. Einfach wegwerfen und da fliegt der Gute, ähm, das ist auch eine neue Fähigkeit, wie gesagt, vom, vom Mammut, mit dem ihr dann, sag mal, im PvP würde es gut nutzbar sein. Im PvE wüsste ich nicht, was es bringt, jetzt einen kleinen Lystro oder einen Spieler, ähm, irgendwo hinzuwerfen. Weiß ich nicht, außer, dass es vielleicht lustig ist, glaube ich, dass es keinen großen Verwendungszweck finden wird. Aber da könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, Leute, ähm, ob ihr einen, ne, sag mal, Verwendungszweck dafür habt oder eine Idee habt oder generell könnt ihr mal schreiben, was findet ihr zu Mammutüberarbeitung, sagt ihr, ihr findet es ganz cool, dass er so, dass er so überarbeitet worden ist oder sagt ihr eher, ne, immer noch langweilig, immer noch uninteressant für mich in meiner Base.